Los! So, auf geht's ja. Deine Ladehemmung hier noch. Und jetzt geht's bei beiden los. Einmal. Das Rot verschwindet dann. Das ist übrigens die große Trefferfläche. Auf der anderen Seite ist die Trefferfläche kleiner. Ein bisschen auch in Anlehnung an den richtigen Diathlon. Du kannst wieder weiterfahren, falls du nicht hörst. So, war alles grün. Erster Durchgang. Johannes übt noch. Nee, ich muss ja mal irgendwie hier irgendwas hinkriegen. Also hier Spielballdurchgang. Er führt mit drei Durchgängen. Wer als erstes vier gewinnt, holt das Spiel. So, schöner Treffer. Zack, der auch. Und da kommt die Triumphfahrt zurück. Da ist er unterwegs. Dockt noch an. Nur noch pro forma. Ja, danke dir. Danke dir.